Musik 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 Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, unser Anfang und unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Ehren gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der die Werke seiner Hände nicht loslässt. Amen. Ich begrüße Sie und Euch alle sehr herzlich zu diesem insofern besonderen Gottesdienst, als wir Zwillinge taufen. Herzlich willkommen, liebe Familie Benz, mit Lene und Mara und dem großen Bruder Matteo und auch Ihrer weiteren Familie. Schön, dass Sie, dass Ihr da seid. Ich grüße Sie und uns mit Worten aus dem Lukas-Evangelium, mit dem Wochenspruch für diese neue Woche, es heißt dort im Kapitel 12, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Amen. Und jetzt singen wir, ja, wir dürfen wieder singen, Psalm 118, die Strophen 1 und 5, Dank, Dank dem Herrn jauchzt voll Kür. Amen. 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 Lasst uns beten. Ewiger Gott, ein neuer Tag, ein neuer Morgen, neue oder alte Worte, mit denen du uns erreichst. Du sprichst uns an an diesem Tag, siehst uns an, die Tauchfamilie mit den beiden Täuflingen, uns selber mit unseren Hoffnungen und Wünschen, wie wir jetzt hier vor dich treten. Wir danken dir, dass du uns deine Aufmerksamkeit schenkst von Anfang an, dass wir bei dir geborgen sein dürfen von Anfang an und für alle Zeit. Und so bitten wir dich jetzt herzlich, sei du ganz nah und gegenwärtig in deinem guten Heiligen Geist, wenn wir jetzt feiern, dich loben und preisen und es uns selber hier miteinander in der Gemeinschaft deiner Gemeinde ja gut gehen lassen. Begleite uns um Christi willen auf den Weg, die vor uns liegen. Du allein kennst sie. Lass uns, lass Große und Kleine um seinetwillen nicht los. Amen. Wir singen vor der Taufe aus Mitte 206 die Strophen 1 und 4. Liebster Jesu, wir sind hier. Jus, wir sind hier. Amen. 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 Liebe Eltern, liebe Paten, liebe Gemeinden, das gilt von Anfang an für Lene, für Mara, für Matthäus, für uns, dass einer da ist, den wir mit Namen kennen, der sagt und der heißt, ich bin für dich da. Davon lebt die Kirche der Welt und so auch unsere Gemeinde hier in Brandlicht. Davon leben dann auch wir. Unser Gott, der uns das Leben schenkt, der es uns gegeben hat, gibt uns auch sein Wort. Er hält es und er hält uns damit. Er sammelt, schützt und er hält, so sagen wir es in unserem alten Bekenntnis, unsere Kirche. Die Großen und die Kleinen, in einer Gemeinschaft, die seine Gegenwart verhält, wie wir das jetzt tun und mit ihm rechnet und siehe, sagt, unser Gott, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, das ist der Tauchspruch für Lene. Wir trauen auf seine Güte, der so zu uns spricht, auf seine Menschenfreundlichkeit, auf seine Barmherzigkeit, das warme Herz, wie es eigentlich heißt, das am Leben lässt. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, das ist der Tauchspruch für Mara. Diesen Gott, liebe Gemeinde, haben wir nötig. Ohne mich, sagt Jesus an anderer Stelle, zu denen, die ihn zeitlebens begleitet haben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Lassen Sie uns unseren Kindern von ihm erzählen, von unserem Gott, sodass seine Geschichte auch ihre wird. Bevor wir jetzt im Vertrauen auf die Zusage unseres Gottes diesen beiden Kindern das Zeichen des Bundes und Volkes Gottes geben, wollen wir gemeinsam den Glauben an den dreieinigen Gott bekennen, auf dessen Namen Lene und Mara getauft werden. Gemeinsam sprechen wir, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Genang gestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Ihr sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bitte jetzt die Eltern und die Gemeinde und bitte auch die Paten, sich zu erheben. Liebe Eltern, ihr habt eure Kinder gebracht, damit in der Heiligen Taufe besiegelt wird, dass sie Kinder Gottes sind und unverbrechlich zu ihm gehören. Indem ihr eure Kinder zur Taufe bringt, übernehmt ihr die Verpflichtung, durch eure Erziehung und durch euer Gebet, euren Kindern zu helfen, dass sie die Bedeutung der Taufe erfahren. Indem ihr eure Kinder zur Taufe bringt, übernehmt eure Gemeinde die Verpflichtung, euch und eure Kinder durch Verkündigung und Unterweisung, also Kindergottesdienst, Kindergarten, damit geht es los, Konfirmandenunterricht zu begleiten. Und nun frage ich euch, wollt ihr, dass eure Kinder auf den Namen des Dreieinigen Gottes getauft werden und in der Gemeinschaft der christlichen Gemeinde aufwachsen? Und versprecht ihr, eure Kinder in der Lehre der christlichen Gemeinde zu unterweisen und unterweisen zu lassen? So antwortet ja. Ja. Liebe Gemeinde, wir alle als Gemeinschaft tragen Verantwortung füreinander und auch eben für die Kinder, die durch die Taufe in die Gemeinde aufgenommen werden. So frage ich auch euch und mit euch die Paten, seid ihr bereit, die Eltern in der schönen und auch schweren Aufgabe, ihre Kinder mit Gott bekannt zu machen, zu unterstützen? So antwortet gemeinsam ja. Dann bitte ich die Gemeinde, um die Paten wieder Platz zu geben. Bevor wir mit der Taufe begegnen, lieber Matteo, müsstest du mir helfen. Magst du das tun? Heute nicht. Also ich hole mal das Taufe Wasser, du kannst dir überlegen, ob du mitmachst. Denn ohne Wasser geht es nicht. Magst du mir da ein? Nein, musst du nicht. Wir warten ein nächstes Mal. Ja? Ja, dann darf ich mich zunächst mit Lene zu mir bitten. Lene, ich taufe mich auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Gott spricht sie, ich bin mit dir und will dich begleiten, wo du auch hinziehst. Der Gott aller Gnade, der dich berufen hat zu seiner wunderbaren Herrlichkeit in Jesus Christus, wolle dir den Glauben schenken und den Stärken und dich zum ewigen Leben führen. Amen. Und genau dafür gibt es diesen Lappen. Darf ich ihn mir entgeben? Und dann bin ich Mara mit ihrem Papa zu mir. Mara, ich taufe dich auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Denn er hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Unser Gott, der dich berufen hat zu seiner wunderbaren Herrlichkeit in Jesus Christus, wolle dir den Glauben schenken und ihn stärken und dich zum ewigen Leben führen. Amen. Und auch du bekommst natürlich diese Lappen widerspiegeln. Ja, zu meiner Freude sind die Paden bereit, das Taufgebet zu sprechen. Dann darf ich Sie bitten, nach vorn zu kommen. Wir wollen beten. Herr, unser Gott, wir danken dir an diesem Tag, dass du uns Grund zur Freude gibst. Wir danken dir für das neue Leben, das du geschaffen hast, für Lene und für Mara, dass sie gesund geboren wurden. Du hast ihnen Ohren gegeben, um zu hören und Augen zu sehen. Segne auch den Mund dieser Kinder, dass sie lernen dürfen zu lachen und die Sprache der Menschen zu sprechen. Segen ihre Hände und Füße, die nie lange überlegen, ob sie helfen und gut sein sollen. Beten wir für Lene und Mara, dass sie in Geborgenheit und Freiheit aufwachsen können und später einmal gute Freunde als Wegbegleiter finden. Denke, Segen und Mara, Gesundheit, Mut und Glückwürdigkeit, um den Segen zu meistern. Lass uns von ihnen lernen, ihre Augenheit und ihre Freude soll uns einstecken. Schenke, Lene und Mara, Paten, die sich ihre annehmen und schenke auch den Paten Täuflinge, die sie von ihnen geliebt und behütet wissen. Wir bitten, dass die Großeltern ihren Enkelkindern aus ihrer Lebenserfahrung heraus ein wichtiger Ratgeber sind. Gib Janina und André als Eltern die Ausdauer, für die Kinder da zu sein, wann immer sie sie brauchen und gib ihnen innere Gelassenheit, wenn sie ihren Freiraum brauchen, um sich selbstständig zu entfalten. Wir bitten dich für diese und für alle Kinder um Schutz und Zuwendung in unserer Welt. Wir bitten dich für uns alle, die wir erwachsen sind oder werden, dass wir an diese und an alle Kinder deine Menschenfreundlichkeit weitergeben. Amen. Lassen Sie uns miteinander singen, Lied 200, ich bin getauft auf deinen Namen, daraus die Stufen 1 und 2. Lassen Sie uns miteinander singen, Lied 200, ich bin getauft auf deinen Namen, und wir bitten dich für uns alle, die wir erwachsen sind oder werden, und wir bitten dich für uns alle, die wir erwachsen sind oder werden, und wir bitten dich für uns alle, die wir erwachsen sind oder werden, und wir bitten dich für uns alle, die wir erwachsen sind oder werden, und wir bitten dich für uns alle, die wir erwachsen sind oder werden, Liebe Gemeinde, wir hören als Text für die Predigt einen Abschnitt aus dem ersten Buch der Könige aus dem dritten Kapitel. Es heißt dort, und König Salomo ging nach Ibeon, um dort zu opfern, denn das war die bedeutendste Kulthöhe, und Salomo opferte dort tausend Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr erschien Salomo im Traum des Nachts, und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach, du hast an meinen Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist, in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen, und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn geschenkt, der auf seinem Thron sitzen sollte, so wie es jetzt ist. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht, an meines Vaters Stadt, Ich, aber wie noch jung, weise weder aus noch ein, und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es niemand zählen kann. So wolltest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist, denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk, zu richten. Liebe Gemeinde, dieser Text am Tag einer Taufe. Warum? Weil jemand ganz am Anfang seines Weges steht. König Salomo. Er selber begibt sich zu Beginn seiner Zeit, und es war nicht nur in diesen Zeiten üblich, dass schon Kinder solche Verantwortung übernehmen sollten, nicht nur die Verantwortung, das Tauchwasser in die Taufschale zu füllen, sondern als Herrscher designiert zu sein und sozusagen eingesetzt. Es war so üblich, dass man an einen der kultischen Orte ging, um sich von da aus Beistand zu holen. Am Anfang. So wie wir bis heute am Anfang eines Menschenlebens an einen kultischen Ort in die Kirche gehen, um sich von Anfang an Beistand für diese Menschenleben zu holen, die gerade begonnen haben. Und Salomo geht also, tut was man so tut, wir singen und beten, er musste Opfer bringen. Und dann träumt er. Manche träumen auch hier. Und sie wissen, dass der Kirchenschlaf zu den Gesündesten gehört. Aber in dem Fall, Salomo träumt. Und es erscheint ihm Gott und sagt, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sagt, na ja, du hast ja schon meinem Vater Gutes getan, du warst warmherzig, das kam vorhin auch schon vor, im Blick auf die Taufe, du hast ein warmes Herz, in dem du Menschen einschließt, du hast dieses Herz schon den Vorfahren, den Eltern gezeigt, den Großeltern, den Angehörigen. Jetzt, weißt du, ich selber bin und Samuel fängt ein bisschen an zu stottern. Jedenfalls dann, wenn man nicht die Luther-Übersetzung nimmt, sondern in den Originaltext guckt. Samuel sagt, übersetzt, das steht im griechischen Text, das ist ja ursprünglich Hebräisch, obwohl es in griechisch übersetzt, ich bin ein Meganebios, ein Riesenbaby, würden wir sagen. Ich bin ein großes Kind. Wie kann ich denn dieser Aufgabe gewachsen sein, dieses Volk in irgendeiner Weise zu führen, für die Menschen da zu sein, gerecht zu sein? Gib mir doch bitte, mir diesen hilflosen, großen Kind, wie es da steht, geht mir bitte, und er sagt ihm nicht, ein verständiges oder gehorsames Herz, er sagt ein hörendes Herz. Das steht dort im hebräischen Text. Gib mir ein hörendes Herz. Was für eine Bitte am Anfang eines Weges. Ich habe zu diesem hörenden Herz in meinen Schülerinnen und Schülern im letzten Schuljahr im Neuenhaus gearbeitet. Mit einer fünften Klasse. Und das war ganz großartig, muss ich Ihnen sagen, wie die Schülerinnen und Schüler versucht haben, mal darzustellen, was ist eigentlich ein hörendes Herz. Und vielleicht sehen Sie es alle vor sich, und auch ihr, da ist zum Beispiel ein Herz aus zwei Ohren im Stall. Ja? Ein hörendes Herz. Ein Herz, das ganz ober ist. Jemand, der ganz ober ist, der ganz offen ist, der ganz für andere da ist. Gib mir solch ein Herz. Das ist mein Wunsch. Es bleibt nicht bei dem hörenden Herzen, liebe Gemeinde, so wie kann ich schon sagen. Es heißt nämlich weiter, dass es Gott gefallen hat, dass Salomon so bescheiden war. Nicht wahr? Sie kennen diese Bescheidenheit auch. Wir sind ja auch manchmal sehr bescheiden, etwas zu erreichen. Und sehr demütig. Wir machen uns ein bisschen kleiner. Und wenn König Salomon sagt, ich bin eigentlich nur ein großes Kind, dann ist das natürlich schon nicht ganz ohne Berechnung. Aber es zeigt auch etwas von der Hilflosigkeit, wenn ein Mensch nun auf einmal, und sei es im Traum, Gott ausgesetzt ist. Gott freut sich über diesen bescheidenen Salomon und sagt, weißt du, du hast weder um langes Leben gebeten, noch um Reichtum, noch gar darum, dass deine Feinde sterben sollten. Du hast um ein hörendes Herz gebeten und deshalb gebe ich dir jetzt ein weises und verständliches Herz, was unvergleichlich, was dich unvergleichlich macht, im Blick auf alle deine Zeitgenossen. Und noch dazu gebe ich dir, warum du nicht gebeten hast, jetzt zahlen sich diese Bescheidenheit des Königs aus, noch dazu sollst du Reichtum haben, sodass auch niemand zu deiner Zeit mit dir vergleichbar ist. Und als Salomon erwachte siehe, heißt es, da war es ein Traum. Was kein Traum war, dass er tatsächlich sein Leben zugebracht hat, so wird es jedenfalls überliefert, dass er ein offenes Herz für die Menschen bekam. Ein weites Herz. Aber vielleicht noch einen Schritt zurück. Siehe, es war ein Traum. Es gibt durchaus Menschen, die in der Bibel lesen, die sagen, naja, Träume sind Schäume und es gibt durchaus biblische Geschichten, wo das mit den Träumen nicht so gut ausgeht. Ich gehöre nicht dazu. Das wird sie jetzt nicht wundern. Weil Träume in der Bibel in der Regel eine ganz besondere Bedeutung haben. Denken Sie mal an Psalm 126, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird. Menschen in Unfreiheit, außerhalb ihrer Heimat. Dann werden wir sein, wie die Träumende. Zu der Zukunft Gottes, zu den Verheißungen Gottes gehört, dass er uns wie Träumende macht und uns in Aussicht stellt, dass sich diese Träume erfüllen, wie sich seinem Volk Israel im Exil, in der Verbannung, dieser Traum erfüllt hat. Und nicht mehr an den Wassern Babels zu sitzen, bei den Rivers of Babylon, was vielen von Ihnen bekannt ist aus den 70er Jahren, was sogar ein Himm gewesen ist, sondern von diesen Flüssen Babels wegzukommen, wieder nach Hause, dort, wo die Menschen Wurzeln geschlagen hatten und ihr Leben, ihre Zukunft verbringen möchten. Oder denken Sie an den Traum Jakobs, der sich fürchtet, der nicht weiß, was die Zukunft bringt und er träumt, dass auf einer Leiter, die zum Himmel führt, Engel auf und ab gehen. Da auch wieder der Traum als etwas, wo deutlich wird, in diesem ganz speziellen Erleben wird die Verbindung zu Gott vielleicht deutlicher als sonst nirgendwo. Siehe, es war ein Traum, der sich für Salomo und für die, die mit ihm gelebt haben, erfüllt hat. Und ich wünsche Ihnen, so wie Salomo mit einem offenen Herzen auf die Menschen zugegangen ist und ein sehr gerechter König geworden ist, wie es heißt, ich wünsche Ihnen ein aufeinander hörendes Herz, ein gegenseitig offenes Herz, ein in diesem Sinn für Gott und Menschen weites und großes Herz, das wünsche ich Ihnen und uns allen. Amen. 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 Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du rufst ins Leben und sorgst für uns und alles, was lebt. Wir danken dir dafür. Lass uns nicht vergessen, dass wir von deinem Wort leben und davon, dass du dich um uns zuwendest. Lass uns Zeugen deiner Güte und Menschenfreundlichkeit sein, die in Jesus Christus sichtbar geworden sind. Befreie uns von Angst und Vorurteilen gegenüber denen, die uns fremd scheinen. Lass uns einander achten und voneinander lernen und dabei gemeinsam auf deinem Weg bleiben. Hilf uns, dich auch dort zu erkennen, wo wir dich nicht vermuten. Lass uns zu Menschen gehen, die uns brauchen. Lass uns herausfinden, wie sie uns brauchen und lass uns die Zeit finden, ihnen gerecht zu werden. Erinnere die Regierenden in aller Welt daran, dass sie vor dir und den Menschen Verantwortung tragen und stärke sie in ihrer verantwortungsvollen Aufgabe. Tröste die Menschen in Verfolgung und Angst, sei bei den Opfern von Hass und Gewalt und bei denen, die einsam sind. Stehe diesen bei, die in der Flutkatastrophe alles verloren haben. Begleite und stärke die Eltern und Partner von Lena und Mara und alle Eltern in ihrer schönen und auch schweren Aufgabe, Menschenkinder auf ihrem Weg zu begleiten. Lass ihre und unseren Glauben wachsen. Stärke die Liebe und mehre die Hoffnung, bis sie uns trägt. In der Stille bringen wir vor dich, was uns am meisten bewegt. Herr, wir danken dir, dass wir das alles offen vor dir aussprechen dürfen. Und beten nun gemeinsam, wie dein Sohn Jesus Christus uns zu beten gelehrt und anvertraut hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Willensschirm, wie im Himmel, so auf die Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schulden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das All und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen jetzt ein Sommerlied. Aus Lied 503, die Strophen 1 und 8. Geh aus, mein Herz, und suche Freund. 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 Erfüll' mir alle Tiefen, ich singe mit dem Jadensinn, und lasse uns die Letzen weg, aus meines Letzen weg, aus meines Letzen weg. Ich lese die Abkündigung. Am kommenden Sonntag, den 8. August, findet zur gewohnten Zeit um 10 Uhr der Gottesdienst mit Taufung statt. Unter Einhaltung der Corona-bedingten Vorgaben ist es wieder möglich, und das ist ein schönes Zeichen, dass wir unsere Gottesdienste in der Kirche feiern. Sollte ein Gottesdienst doch draußen stattfinden, wird darüber kurzfristig über den Kirchenblitz informiert. Anmeldungen zu den Gottesdiensten sind derzeit nicht mehr erforderlich. Weil wir aber weiterhin die Anwesenheit dokumentieren müssen, ist eine Anmeldung hilfreich. Montags, Mittwochs und Freitags jeweils von 10 bis 12 Uhr, persönlich oder telefonisch im Gemeinden. Falls Sie die Anmeldung versäumt haben, ist das kein Problem. Sie können Sie auch am Sonntag unmittelbar vor dem Gottesdienst in vorbereitete Listen eintragen. Die Predigt am nächsten Sonntag hält Pastor Olof. Die Kollekte vom 25. Juli für die Hospizhilfe Grafschaft Bentheim betrug 129,10 Euro. Im Klingelbeutel wurden 50 Euro zusammengelegt. Für die Opfer der Flutkatastrophe in Deutschland sind sechs Spenden in Höhe von insgesamt 640 Euro eingegangen. Herzlichen Dank für alle Gaben. Die Kollekte in diesem Gottesdienst ist bestimmt für die Durchführung des Freiwilligen Sozialen Jahres in unserer Kirche. Dazu heißt es, junge Menschen betätigen sich freiwillig ein Jahr in diakonischen Arbeitsfeldern. So zum Beispiel in unserem Kindergarten, in Jugendhilfe und Pflegeeinrichtungen. Damit engagieren sie sich für ihre Mitmenschen und für unsere Gesellschaft. Rund 100 junge Menschen begleitet das evangelisch reformierte Diakonische Werk Grafschaft Bentheim pro Jahr. Mit pädagogischer Begleitung und Seminaren. Die Bezuschussung der Freiwilligendienste aus den öffentlichen Kassen reicht nicht aus. Für die pädagogische Begleitung der jungen Menschen brauchen wir mehrere Kollekte. Unabhängig von unseren Kollekten möchten wir den Spendenaufruf der Diakonie Katastrophenhilfe für die Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz unterstützen. Helferinnen und Helfer der Diakonie sind vor Ort in den betroffenen Gebieten im Einsatz. Spenden können Sie unter dem Stichwort Flutkatastrophe in Westdeutschland direkt an die Diakonie Katastrophenhilfe überweisen oder auf das Konto unserer Kriegengemeinde unter demselben Stichwort. Bitte mit vollständiger Adressenangabe für Spendenbescheinigung. Spenden können Sie natürlich auch persönlich in Gemeinde oder Pfarrer überhaupt geben. Allen, die in dieser Woche einen Geburtstag haben, gratulieren wir herzlich und wünschen Gottes Segen. Die Geburtstagsbesuche finden wie gewohnt statt. Der Seniorenkreis trifft sich nach einer Pause erstmals wieder am Dienstag, den 10. August. Dienstag, 10. August, um 14.30 Uhr im Gemeindehaus. Herzlich willkommen! Die Eltern-Kind-Gruppe trifft sich mittwochs von 9.30 Uhr bis 11 Uhr. Genauere Informationen erhalten Sie bei Bettina Sandschule. Während der Sommerferien, aber auch bedingt durch die Corona-Pandemie, finden derzeit keine weiteren Veranstaltungen von Gruppen unserer Gemeinde statt. Wir singen jetzt aus Lied 171, die Strophen 1 und 4. Bewahr uns Gott, behüte uns Gott. Wie ist Gott, sehr kurz? Wollt ein Frau. Wollt ein Frau. Wie ist Gott, ein Frau. ZANG EN MUZIEK 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 Untertitelung des ZDF, 2020